auf einen Berg steigen will, nehmen wir den Mount Everest, dann kann ich nicht jemandem, der ein deutlich besserer Bergsteiger ist, das machen lassen, um mir später erzählen zu lassen, wie es war, um dann davon auszugehen, ich hätte es selber erlebt. Ich kann mir dann vorstellen in meinem Kopf, wie es wohl war, aber das ist nicht dasselbe, wie es ist. Dazu musst du diesen Weg dorthin gehen und mit einkalkulieren, dass du möglicherweise scheiterst. Wenn zwei Menschen ein Bild vom Gipfel des Mount Everest haben, der eine ist mit einem Helikopter hochgeflogen, auch wenn das nicht geht, aber mit einem Flugzeug und hat dort ein Foto gemacht und der andere ist hochgeklettert und hat genau dasselbe Foto gemacht, dann ist das zwar auf dem Papier dasselbe Foto, aber es fühlt sich für beide vollkommen anders an.